Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Verteilerdosen bzw. Abzweigdosen fachgerecht verdrahten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür sind spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller. Wenn das Ganze dann vom Strom ins Genome und so entspannungsfrei ist, habe ich mir mal noch hier links, hier unten drunter und auch hier oben drüber Schellen im maximalen Abstand von 10 cm zu der Dose gesetzt, um einfach eine entsprechende Zugentlassung bei meinen Leitungen zu haben. Und jetzt muss ich mal noch hier diese Leitungsdurchführungen öffnen. Entweder kann ich hierfür so ein spezielles Werkzeug hernehmen, was oftmals beim Kauf von so einer Dose mit dabei ist, oder ich nehme ein scharfes Cuttermesser und kann dann das Ganze von hier innen einmal aufschneiden. Wenn auch das passt, kann ich im nächsten Schritt jetzt mal alle meine Leitungen hier um ca. 15 cm ganz einfach abmanteln. Danach sind wir soweit, dass wir unsere Leiter einmal durch die entsprechende Öffnung hier hindurch geben. Und jetzt ist wichtig, dass man darauf achtet, dass wir erstmal unsere Leitung etwas weiter hineinschieben und danach wieder anschließend herausziehen, bis hier noch ca. 1 cm von dem Mantel in meine Dose übersteht. Halte 10 sind wir haben eine entsprechende Zugentlastung auf jeden Fall und hier oben kann sich auch kein kleiner Trichter bilden, wo im schlimmsten Fall sogar das Wasser gestaut werden kann. Wenn es bei dir also so ausschaut, dann einmal noch die entsprechende Schelle hier wieder für die Zugentlastung dran machen und wir können bei den anderen Leitungen weitermachen. Als nächstes muss ich laut Schallplan mal all meine grün-gelben Schutzleiter hier miteinander verbinden, weswegen ich diese jetzt auch zur Übersicht einmal erst nach vorne biege. Und anschließend lege ich mir mal alle Schutzleiter hier unten rechts jetzt in die Ecke hinein. Wichtig hierbei ist, man sollte das Ganze immer nur waagerecht bzw. senkrecht hier in unserer Verteilerdose verlegen, da das Ganze dann natürlich auch viel übersichtlicher ausschaut. Bei mir passt es so auf jeden Fall, weswegen ich jetzt das Ganze auch einmal hier auf dieselbe Länge mit einem Seitenschneider kürzen kann. Danach die Leiter noch auf genau 11 mm abisolieren, dass das Ganze auch anschließend in meine Klemmen hineinpasst. Und ich kann sie auch schon nach oben schauen mit einer Klemme miteinander verbinden. Der Grund, warum das Ganze jetzt übrigens nach oben schauen und nicht nach unten schauen, ist einfach der, dass sich hier dann kein Kondenswasser in unsere Klemme begeben kann. Laut Schallplan muss ich als nächstes einmal meine braunen Außenleiter miteinander verbinden und diesen Leiter hier unten, den gebe ich jetzt nicht nur nach oben, kürze ihn hier ein und habe dann das Problem, dass mein Leiter vielleicht in Zukunft irgendwie zu kurz wäre, wenn ich das Ganze mal abändern möchte, sondern ich gebe ihn jetzt erst einmal hier hinten in meine Dose etwas hinein, biege ihn mir somit nach unten und jetzt kann ich ihn nämlich noch einmal nach oben umbiegen und dadurch habe ich jetzt auch für die Zukunft immer genug Reserve. Auch die anderen zwei Außenleiter habe ich mir wieder zurechtgelegt und jetzt kürze ich das Ganze mal genau auf dieselbe Länge wie meine Schutzleiter hier auf der rechten Seite. Danach wieder abisolieren, Klemme drauf geben und auch meine braunen Außenleiter sind auch dementsprechend schon miteinander verbunden. Zum Schluss lege ich jetzt natürlich auch noch meine blauen Neutralleiter hier mal fachgerecht nebeneinander, kürze sie ein, isoliere sie ab und verbinde natürlich auch diese wieder mit einer Klemme dementsprechend. Noch als Hinweis, falls wir mal einen einzelnen Leiter nicht benötigen, diesen sicherheitshalber trotzdem immer abisolieren und auch eine Klemme hier oben drauf machen und somit können wir jetzt nämlich auch schon hier aus unserer Verteilerdose das Ganze jederzeit ordentlich herausnehmen. Wir haben eine schöne Übersicht und danach müssen wir natürlich auch noch unseren Deckel hier drauf machen und somit haben wir dann unsere Verteilerdose auch schon richtig verdrahtet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Verteilerdosen, Leitungen oder auch einzelne entsprechende Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.